ja hi pyrus ich habe einen neuen prospekt für euch es ist möbel weihrauch den laden an sich kenne ich nicht er hat hier einen feuerwerksverkauf über ja über eine doppelseite wir fangen direkt an wir haben die neko oasersharp ja ist eine leuchtkometen batterie würde ich liegen lassen die veco gravity die erinnert mich sehr an die discovery müsste die sogar auch sein ja kann man mitnehmen ihr habt auch teilweise zerleger oder generell zerleger aber die sind halt klein nicht sehr laut erwartet nicht so viel eine kaufe empfehlung ist das veco blizzard für drei euro habt ihr 245 raketen teilweise mit knalleffekt glaube ich sogar nur ja ihr habt hier meteoriten römisches licht vögel paar böller jugendfeuerwerk für drei euro kann man auf jeden fall nichts falsch machen fürs warm schießen auf jeden fall gut geeignet und vor 0 uhr auf jeden fall ja veco knallerbsen dann haben wir hier ist geil konzert xxl 16 raketen ja hier wieder ein bisschen psychospielchen von wegen 28 euro vorher zu dem kann ich nichts sagen ich weiß nicht ob die zerleger haben oder nicht habe auch noch nie was von gehört eine knallkette ja 1000 schuss in anführungszeichen beziehungsweise 1000 kleine mini knaller ja ist jetzt persönlich nichts für mich hier ein verbund den kann man auch getrost liegen lassen dann haben wir hier unten ein power knallkettensortiment das kann man auf jeden fall mal mitnehmen knallketten sind eigentlich immer ganz gut ihr habt hier welche aus cracker glaube ich die naböller a das müssten b sein und da unten sind d kann man definitiv mal mitnehmen dann haben wir hier nico coole kids ja wir haben hier kat 1 sortiment halt ja muss man selbst entscheiden da sind auf jeden fall auch wieder knallerbsen drin ja wir haben hier römische lichter für zwei euro wer ruhig mag kann sich die mitnehmen wenn ich denn nicht nico saturn kreise aufstiegseffekte ja kann man auch mitnehmen ihr habt da drei stück drin dann eine kaufe empfehlung die nico rocket strike oder auch die xtail rocket kosten sonst entweder 6,99 oder 7,99 im norma definitiv eine kaufe empfehlung die haben schönen aufstieg sind ohne leitstab die knallen wenn sie hochgehen und haben dann schöne ausbreitung ebenfalls eine kaufe empfehlung spreche ich für den roten corsar aus 20 super schöne böller extrem laut auch für die größe ja es gibt natürlich lauteres aber die sind auf jeden fall sehr gut die haben auch im vorfeld generell bestimmt nicht mehr ansatzweise die 11 euro kostet ja für 4 euro definitiv mitnehmen dann habt ihr hier kanonenschläge zylindrisch also diese langgezogenen ja zehn stück kann man sich mal zum testen mitnehmen dann haben wir hier ein bisschen ja tischbombetten und luftschlangen ja den verbund da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein der heißt wiko pyro complete glaube ich wenn ich das hier richtig lese dann haben wir hier die was ist das hier magic circle was das genau sein soll weiß ich nicht was steht da kann man so schlecht erkennen echt ja dann haben wir hier auf jeden fall richtig schön psychologischen trick wieder statt 45 euro leben nicht ihr habt ihr zwölf raketen glaube ich pro rakete kann man euro berechnen hier paar aufstiegseffekte kanonschläge auch hier kann ich sogar ranzoomen ganz toll dass man das auch mal rausfindet ja eine römische lichter batterie kann man mitnehmen ja aber es geht auch günstiger aber ihr habt auf jeden fall zwölf raketen und pro rakete in euro wir kommen zum vorletzten artikel die wiko kanonschläge ja zehn stück definitiv kann man die mitnehmen für 5 euro kann man nichts bei falsch machen und das letzte sortiment was vorher angeblich 47,95 euro gekostet hat das wheels of fire auch bekannt als das rocket rally ihr habt da ich glaube zehn kugelkopf raketen und der rest sind alles zerleger raketen von nico die burst und die flash etc ja kostet im norma 20 euro für 25 kann man kann man es noch mitnehmen jetzt werde ich gerade angerufen einen moment musste ich kurz ablehnen genau dann bedanke ich mich an der stelle auf jeden fall fürs zusehen abonniert doch mal meinen kanal und ja wir sehen uns im nächsten video wieder wenn es darum geht ein prospekt vorzustellen bis dann ciao